Wir sind hier auf der Euroshop 2020 am Stand von Octalight und sprechen mit dem Geschäftsführer Herr Bose und dem Leiter Forschung und Entwicklung Herr Renkes. Herr Bose, warum sind Sie hier auf der Euroshop vertreten? Die Euroshop ist für uns der Octalight Lichttechnik GmbH, dem Retail-Kompetenzzentrum der Trilux-Gruppe, die ideale Plattform, um mit Kunden aus dem In- und Ausland uns auszutauschen. Sie ist aber gleichsam auch ein Ort, wo wir uns mit unseren Marktbegleitern messen können. Sie ist eine Art Kompass, wo wir feststellen, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Herr Renkes, Ihr Auftritt auf der diesjährigen Euroshop steht unter einem Motto. Erzählen Sie uns mehr darüber. Ja, das Motto der Octalight hier auf der Euroshop ist das Thema Sunlight Quality. Sunlight Quality steht für uns nicht nur unter dem Produkt, unter dem Rahmen eines Produktes, sondern es ist der ganzheitliche Ansatz, dem Handel die Möglichkeit eines besseren Verkaufs zu realisieren. Durch unsere Stärke heraus wollen wir der gesuchte Partner für unseren Kunden sein, der mit Leidenschaft die perfekte Customer Solution erarbeitet. Gemeinsam wollen wir uns dann auf den Weg der Shopper Journey begeben, die wir uns am besten jetzt gleich bei unseren Anwendungen einfach anschauen können. Kommen Sie mit. Wir befinden uns hier jetzt in unserer Fashion-Applikation und hier in der Fashion-Applikation zeigen wir zum einmal das Thema der Wireless-Steuerung. Das heißt, für Sanierung bringen wir eine einfache Lösung, ohne die Installation zu ändern. Wir haben hier unsere Active-Leuchten, die die Lichtfarbe ändern. Wir gehen auf das Thema der Eventisierung der Verkaufsfläche ein. Und wir zeigen hier an dieser Wand die Möglichkeit, wie wir mit Lichtfarben, mit besonderen Spektren, die Ware sehr natürlich und ehrlich zeigen. Und das geht natürlich nur in Verbindung mit einer exzellenten Reflektortechnik, mit einer sehr hohen Entblendung, sodass wir dem Kunden einen sehr hohen Sehkomfort generieren. Nur so können wir das Einkaufserlebnis im Retail-Store optimal gestalten. Ja, neben dem Bereich Fashion, wo wir uns gerade befunden haben, der Applikation Fashion, sind wir natürlich auch stark im Bereich Food & Shop. In dem Bereich haben wir, oder für diesen Bereich, haben wir ein neues Produkt entwickelt, welches einen sehr hohen Sehkomfort generiert durch eine große Freiformlinse. In dieser Freiformlinse ist zusätzlich nochmals eine Mikrostruktur am Lichteingang eingearbeitet, um die Leuchtdichten und das Seh erlebt, also den Sehkomfort zu erhöhen. Diese Leuchte dient dazu, vertikale Flächen in Gangzonen dynamisch und optimal auszuleuchten. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Herr Bose, wie setzt die Oktaleit diesen Anspruch um? Da bin ich sehr froh, dass wir als Oktaleit nicht alleine stehen, sondern Teil einer Gruppe sind. Die Thilux-Gruppe, die Marktführer in Deutschland ist, hat sich für 2025 das Klimazielgesetz 2025 CO2-neutral zu sein. Bei Auswahl der Komponenten für unsere Produkte denken wir natürlich auch über Nachhaltigkeit. Das heißt, wir setzen LED-Komponenten ein, die einen sehr langen Lebenszeitraum sichern, sowie auch die Treibertechnologie, die eine lange Betriebsdauer sicherstellt. Neben dieser Komponentengeschichte beschäftigen wir uns mit einer multifunktionalen Verpackung, einer Mehrfachverpackung, sodass wir den Transport einfacher steuern, wir weniger Fahrten zum Kunden organisieren und es auch dem Kunden einfach machen, wenn Leuchten im Laden installiert werden. Herr Renkes, Herr Bose, vielen Dank für das Gespräch.